Nicht nur ein Jubiläum, sondern auch eine Geschäftseröffnung feierte der Dintenshop Haag. Wir haben das mühsam mit Kleinarbeit aufgebaut und die Produktpalette wurde immer mehr und mehr ausgeweitet. Und irgendwann einmal sind uns die Räumlichkeiten zu klein geworden. Das haben wir aus allen Nähten geplatzt und das war eigentlich der Anlass dazu, dass wir ein Lokal mieten, dass wir unser wirklich breiter Produktpalette präsentieren können. Bereits seit fünf Jahren gibt es ihn. Früher wurde in den eigenen vier Wänden der Verkauf der Druckerpatronen und des Druckzubehörs als auch die Reparaturen der Computer und Drucker vorgenommen. Wir sprechen genauso Privatpersonen an wie Firmen, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Institute, Hilfsorganisationen. Wir wollen eigentlich die große Bandbreite ansprechen damit. Sehr viel wurde auch über den Onlineshop abgewickelt. Da aber die Ware auch gelagert werden musste, wurden jetzt die Räumlichkeiten doch zu klein und man entschloss sich, den Verkauf doch zentral nach Haag ins Ortszentrum zu verlegen. Also aus dem Grunde haben wir gedacht, einfach mal einen nächsten Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit noch weiter. Fünf Jahre und Eröffnung, das ist ein schöner Anlass, kann man nett verbinden. Zwei Tage lang konnten sich die Besucher bei attraktiven Angeboten und Getränken von dem umfangreichen und gut sortierten Angebot überzeugen. Wir haben kompatible und originale Druckerpatronen, hochwertige Toner, Büromaterial, Geschenksartikel, Fotopapier, Kopierpapier und Schreibwaren. In dem hell gestalteten Geschäft findet jeder Computerliebhaber und Geschäftsmann die richtigen Druckerpatronen und das dafür benötigte Zubehör. Auch die Beratung kommt dabei nicht zu kurz. Großteil vom Umsatz macht nach wie vor der Onlineshop aus. Das ist eigentlich auch das Hauptgeschäft. Nachdem eben eine große Nachfrage da ist, dass die Leute direkt zu uns kommen, abholen, da auch noch mal Beratung haben, haben wir gesagt, jetzt eröffnen wir ein Geschäft und wollen natürlich einen Onlineshop weiterhin beibehalten, weil einfach das unser Hauptgeschäft ist. Wir haben auch einen GLS-Paketshop. Die Kunden können ihre Pakete zu uns herbringen. Wir haben da sehr günstige Tarife. Es wird nicht nach dem Gewicht gerechnet, sondern nach der Größe, was für viele Kunden ein Vorteil ist. Und das Nächste, was wir auch noch machen, der Kunde kann seinen Drucker, seinen Computer herbringen zur Reparatur. Wir reparieren die oder machen eben auch einen Service. Wir wünschen den Inhabern in den neuen Räumlichkeiten viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal!